Hallo, herzlich willkommen zurück hier in unserem Ad Tech Special im Rahmen des University Future Festivals. Wir starten jetzt mit der ersten Panel Session des Tages. Ich freue mich wahnsinnig, denn wir hatten ja bei Svenja Boussaint gerade schon das Thema Ad Techs, was gibt es für Trends, was ist da draußen los, was kann man sich abschauen. Jetzt wollen wir gucken, sind die vielleicht sogar ein kleines bisschen gehypt? Lastet zu viel Hoffnung, zu viel Erwartung auf der Tech, auf den Startups, die sie entwickeln, an neuen auch Ansätzen, wie zum Beispiel der Code University, können die wirklich die Bildung an sich retten? Wir werden es herausfinden hoffentlich in den nächsten 45 Minuten mit meinen wunderbaren Panel Gästen. Ich werde es dir mal kurz vorstellen. Mit mir im Call sind jetzt Hannes Eichmeier. Er ist Manager Ad Tech Austria, also Manager bei Ad Tech Austria. Die haben es sich zur Aufgabe gemacht, Salzburg eigentlich zu einem kleinen Ad Tech-Standort aufzubauen, würde ich mal sagen, in meinen Worten. Und das Spannende bei ihm ist, dass er selber auch in der Welt unterwegs war, bei Harvard, an Oxford und da wirklich auch mitbekommen hat, was dort denn gerade schon der Standard ist. Und da werde ich bestimmt nachher noch drauf zu sprechen kommen. Herzlich willkommen, Hannes. Hallo, danke, Zackes. Hallo in die Runde. Und dann aus Hamburg vermutlich zugewählt, Professorin Olga Burkowa von der HAW Hamburg. Einerseits Professorin für soziale Arbeit und auch ganz speziell mit dem Fokus für Methoden und IT-gestützte Verfahren in der sozialen Arbeit. Spannenderweise aber auch gleichzeitig die Vizepräsidentin für Digitalisierung. Also das heißt, sie bekommt das wirklich mit von der organisationellen Seite, aber auch ganz von der Praxis im Alltag. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Und um die Runde zu komplementieren, haben wir noch Justin Gemeri im Call. Er ist der Gründer von eKeepa, einer Open Innovation Plattform, die wirklich sehr spannend ist, weil die nämlich die ganzen Akteure zusammenbringt und die unterschiedlichen Innovationsformate macht. Ganz klassisch, wie wir es zum Beispiel kennen, ein Hackathon, der zum Beispiel Studenten verknüpft mit Unternehmen, aber auch mit Universitäten oder dann wirklich längere und breitere Programme, wo es darum geht, zum Beispiel mit einem Lehrstuhl was Neues aufzubauen. Das heißt, wir haben damit die drei Perspektiven von der Uni, von den AdTags und von Organisationen, die versuchen, alle zusammenzubringen. Herzlich willkommen, Justin. Vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein. Wunderbar. Lassen wir uns doch mal schauen. Vielleicht fange ich mit Ihnen an, Frau Professorin. Wie ist denn gerade der Stimmungsbarometer? Drei Semester remote, eigentlich Ihr Kernthema. Also es muss für Sie ja eigentlich ein Fest gewesen sein, weil Sie endlich wahrscheinlich noch mal viel mehr Gehör bekommen haben, noch mal viel mehr die Sinnhaftigkeit vor Augen geführt hat. Aber ist wirklich gerade Begeisterung für AdTech da oder ist auch vielleicht sogar ein kleines bisschen Müdigkeit da, was das Ganze Digitale angeht? Von 1 bis 10, wo stehen wir? Ich glaube, wir stehen irgendwo beim 6, zwischen 6 und 7, würde ich sagen. Denn Digitalisierung und die Corona-Pandemie hat uns natürlich einen extremen Digitalisierungsschub gegeben. Da haben Sie vollkommen recht. Wir haben sehr viel rumexperimentiert oder rumexperimentieren müssen im ersten und teilweise im zweiten Semester. Und jetzt, glaube ich, sind wir einen Schritt weiter an Hochschulen und stellen uns die Fragen, wie können uns AdTechs, zusätzliche Lösungen dabei helfen, die Qualität der Lehre zumindest aufrechtzuerhalten und die zu steigern im digitalen Zeitalter. Also insofern würde ich gerne im weiteren Verlauf die Frage nicht nur so stellen, ob AdTechs uns in Sachen Bildung an Hochschulen retten, sondern inwiefern können Sie dazu beitragen, die Qualität der Bildung zu steigern? Da werden wir garantiert noch drauf zurückkommen. Und sollte ich selber nicht die Frage in die Runde werden, bitte übernehmen Sie für mich dann noch mal an späterer Stelle. Schauen wir doch mal kurz nach Salzburg zu Hannes. Hannes, wenn du es uns von der Tech-Perspektive einordnen kannst, wenn man über Tech spricht, egal was, ob es PropTech ist, ob es FinTech ist, eigentlich etabliert hat sich da meistens die Gartner Hype-Curve. Das heißt, erst mal sprechen alle drüber, es wird zu einem wahnsinnigen Buzzword, dann folgt aber auch schnell die Ernüchterung, das sogenannte Tal der Tränen und es dauert ein paar Jahre, bis es wirklich sich dann in der Breite etabliert hat, mit wirklich funktionierenden Business-Modeln oder mit vernünftigen Use-Cases, die Menschen wirklich weiterbringen. Wo stehen wir denn da gerade mit AdTech? Also da sind wir definitiv noch in der Aufbruchsstimmung, würde ich sagen. Ich beobachte eigentlich, wie auch Frau Burkowa schon gesagt hat, fast zwei unterschiedliche Tendenzen. Wir sind eher so ein bisschen auf der Seite von Studenten, Universitäten, Hochschulen generell. Auch zu Recht natürlich so ein bisschen dieses Frohsein, jetzt wieder zurück zu sein, auch in der Präsenz stärker und nicht nur für das Digitale angewiesen zu sein. Aber gerade bei AdTechs, bei den Startups, sind wir wirklich gepusht eben durch die vergangenen eineinhalb Jahre noch diese Aufbruchsstimmung, dass jetzt die Möglichkeit da ist, hier stärker auch Fuß zu fassen, eben speziell in dem Sektor, wo es davor schwierig war, nachher vor natürlich schwierig ist, aber hier trotzdem große Chancen gesehen werden in den nächsten Jahren. Und ja, wir werden dann sehen in den nächsten ein, zwei Jahren, wie es sich entwickelt und wann wir ins Tal der Tränen kommen. Okay, also je nach Perspektive, Lernende oder Lehrende, Organisierende, sind wir da vielleicht unterschiedlich auf der Hypecurve unterwegs. Noch alle mit Begeisterung dabei, aber es ist auch schon abzusehen, dass es noch ein langfristiges Thema ist, wo man vielleicht auch noch mal die ein oder andere Tiefe mitnehmen muss, bevor es dann wirklich etabliert ist. Justin, kommen wir zu dir. Du hast alles schon darauf gesetzt, dass es nicht nur ein Hype ist, sondern wirklich sich dann langfristig was wird, denn du hast quasi deine Karten als Gründer auf den Tisch gelegt diesbezüglich. Was hat dich angetrieben? Also warum glaubst du gerade so sehr an das Thema? Naja, deine Aussage zeigt, es impliziert ja, dass ich damals, als ich angefangen habe, an der Keeper zu arbeiten, schon eine langfristige Strategie hatte und darauf gesetzt habe, dass sich ein ganzer Markt entwickelt. Ich glaube, das wäre zu viel gesagt. Gleichzeitig ist es so, dass wir selber schon während des Studiums, nicht erst mit Equipa nach dem Studium, sondern während des Studiums angefangen haben, das erste Mal eine studentische Organisation aufzubauen, die versucht, Lücken zu füllen in der universitären oder in der Hochschullehre. Damals war es eher das Thema Kommunikation, Rhetorik, Präsentationsfähigkeiten, weil das Dinge waren, die wir selber, ich habe an der Goethe-Uni studiert, nicht wirklich lernen konnten, wo es nicht so viele Angebote in der universitären Lehre gab. Und dann haben wir festgestellt, dass es echt erfüllend sein kann, Dinge zu erschaffen, die einen Impact auf andere haben und Probleme lösen, die man selber hatte. Und dann war es entgegen deiner Implikation mit einer langfristigen Strategie auf eine Ad-Tech-Industrie versehen. Vielmehr der Grund, dass wir gesagt haben, lasst uns doch mal versuchen, ein Start-up zu gründen, was auch ein ähnliches Problem löst. Und das war sozusagen der Ursprung für Equipa. Eine Idee, die sich vor allem darauf fokussiert hat, jungen Studierenden dabei zu helfen, ihr Wissen, was sie in der Theorie lernen, auch wirklich unmittelbar praktisch anzuwenden anhand realer Themenfelder, realer Problemstellungen, realer Herausforderungen, so auch gesellschaftliche Themen wirklich zu adressieren und anzugehen. Ja, und dann hat sich das jetzt in den letzten vier Jahren halt recht schnell entwickelt. Analog zum Ad-Tech-Markt, wo ich auch eine rasante Entwicklung sehe, mit Sicherheit nochmal beschleunigt durch die Pandemie, aber auch vorher schon sind da, glaube ich, sehr viele Dinge passiert. Und ich glaube, dann hatten wir das, könnte man sagen, Glück oder gute Timing, da mit Equipa sozusagen mitzugehen in diesem Trend und in diesem Fokus auf diese, ich sag mal, Ad-Tech-Industrie. Also gutes Timing und der eigentliche Antrieb war, dass eine wunderbare, klassische Gründerstory sozusagen sein eigenes Problem lösen wollen und zu schauen, ob es vielleicht auch noch andere betrifft und man nicht der Einzige ist, der hier was bewegen will und sich quasi in den Ring geworfen, um hier auch wirklich noch Grundlagenarbeit zu machen. Ich würde sagen, jetzt kennen wir uns alle. Das heißt, wir können die muntere Diskussion starten. Ich habe ein paar Fragen und ich glaube, meine Plan wäre mich vorzuarbeiten von was begeistert gerade, was gibt es an tollen Konzepten, was braucht es dann, um das wirklich umzusetzen, woran scheitert es und später noch ein paar wirklich auch Ökosystem-Fragen rund um das Tech-Thema. Das schon mal zur Orientierung und die Einladung an alle, die im Chat sind, nehmt gerne Teil an der Diskussion untereinander im Chat, also diskutiert gerne miteinander, das finde ich super oder stellt Fragen hier im Chat und spätestens gegen Ende werden wir auch auf die Fragen eingehen. Ich versuche immer mal wieder hier so ein bisschen über die Schulter zu gucken in meinen Laptop. Wenn ich es zwischendurch mitbekomme, greife ich gerne auf Fragen mal zwischendurch auf. Ja, AdTech, lasst uns doch dem Ganzen mal wirklich ganz konkrete Namen geben und vielleicht ganz konkret, wenn es um AdTech geht, was begeistert Sie, was begeistert euch gerade an konkreten Beispielen? Hannes, magst du mal ein oder zwei schon mal in die Runde geben? Auch um so ein bisschen zu definieren, was AdTech wirklich ist, weil Password wird oft auf unterschiedlichste Arten verstanden. Ja, was hier gerade begeistert oder im Dachraum schön funktioniert, zum Beispiel Studo, die heute glaube ich auch hier sind, in einem SZT-Modell präsentieren. Das ist grundsätzlich eine Software, die sich an Studierende richtet und dort vor allem zum Beispiel einen Umstieg von der Sekundarstufe zwei nach dem Abitur in die Hochschule erleichtert. Dort hat die Kommunikation zwischen Hochschule und Studierenden erleichtert. Das heißt hier eben unterstützende Tools, um einfach die Kommunikation zwischen Universität und Studierenden zu vereinfachen und generell die Struktur besser darzustellen für die Studierenden. Das sind so die Lösungen, die hierzulande einfach gerade fruchten, die gut funktionieren und die schon langsam eingeführt werden, in welche Richtung es natürlich auch geht, sind diverse Startups im Virtual Reality, Augmented Reality Bereich. Dort gibt es spannende Lösungen, gerade für technische Studiengänge. International gibt es natürlich wieder andere Phänomene, die gerade das ganze AdTech Ökosystem ein bisschen stärker befruchten. Da hat auch die Svenja vor einem Vortrag schon einiges angesprochen. Da gibt es ja riesige Bewegungen, wenn man zum Beispiel sich anschaut, dass 2U diesen Sommer AdEx aufgekauft hat, dass dort geht das, was begeistert, eher in die Richtung überhaupt neue Universitäten, eigene Programme, eigene Degrees, die sozusagen zum Teil auch als Konkurrenz zu etablierten Universitäten bestehen am Markt. Das sehen wir hierzulande aber einfach auch noch weniger. Du hast schon eine gute Spannbreite aufgemacht von Kommunikation im Hintergrund. Ich nehme an, du hast jetzt nicht Konferenz-Tools gemeint, sondern eben zum Beispiel alles, was E-Mail-Verkehr oder so was zusammenfasst oder vielleicht tatsächlich noch den Briefwechsel ersetzt. Man weiß es nicht. Genau. Frau Professorin, was begeistert Sie gerade? Was wäre für Sie ein Beispiel, was man unter dem Begriff AdTech sammeln könnte und ja, dass Sie teilen möchten? Ja, da sind natürlich, wie Sie schon sagten, unter dem Begriff AdTech lassen sich unterschiedliche innovative und technologieorientierte Lösungen zusammenfassen. Was mich aktuell an modernen Lösungen begeistert, die Tatsache, dass wir auf unterschiedliche Zielgruppen eingehen können und unter partizipativer Haltung von Studierenden diese spezifische Gruppen, Zielgruppen einbeziehen können. So fällt mir jetzt aktuell eine Lösung ein, die im Grunde genommen die inklusive Dimension der Hochschule verstärkt unterzeichnet oder verstärkt charakterisiert. Die Kiron Campus-Lösung, die arbeitet speziell mit geflüchteten Studierenden und das ist auch eine besondere Zielgruppe im aktuellen Zeitalter für uns. Und diese Plattform bietet eine hohe Flexibilität an der Stelle und ermöglicht den geflüchteten Studierenden nicht nur einen Nachweis oder Aufbau der Studierfähigkeit, sondern ermöglicht auch den weiteren Wert der Gang und dementsprechend auch die Integration auf dem Arbeitsmarkt. Wunderbares Beispiel, das wir im Vortrag vorher auch nochmal in den Chat gegeben hatten, weil da speziell gefragt wurde nach Möglichkeiten, zum Beispiel für sozial benachteiligte Gruppen und genau da fiel das Beispiel auch. Also schön, das nochmal zu hören. Dann lass mich kurz schauen. Justin, du siehst nicht nur, was draußen ist, sondern woran vielleicht auch gewerkelt wird bei einem Hackathon in Projekten. Was gibt es, was dich gerade begeistert, was vielleicht noch gar nicht marktreif ist? Ja, absolut. Da gibt es einiges, was aktuell kommt. Ich würde gerne vorab noch einen Punkt machen, der, glaube ich, auch ganz wichtig für unsere Diskussion sein könnte, weil woran ich glaube, und das bezieht sich nicht nur auf Ad-Tech, sondern ich glaube ganz fest daran, dass die Digitalisierung nicht einen reinen Selbstzweck verfolgen sollte. Und das mal auf Ad-Tech übertragen bedeutet, irgendwo muss ein Wert, ein Mehrwert für gewisse Zielgruppen geschaffen werden, der über eine reine Digitalisierung eines Prozesses oder eines Produktes hinausgeht. Und ich glaube, das sehen wir auch bei ganz vielen Studierenden, mit denen wir jetzt in den letzten Monaten oder seit Beginn der Pandemie gesprochen haben, die so langsam auch eine gewisse Müdigkeit erkennen lassen, was das Angebot digitaler Vorlesungen angeht. Und das verstehe ich total, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe ja bis vor vier Jahren selber noch studiert. Ich möchte mir kaum ausmalen, wie man sich fühlt, wenn man nur noch ausschließlich zu Hause in den eigenen vier Wänden sitzt und sich eine Vorlesung nach der anderen anschaut und dann irgendwann schlafen geht und am nächsten Tag wieder von vorne beginnt. Also Digitalisierung sollte, so auch im Ad-Tech-Sektor meiner Überzeugung nach, noch einen anderen Mehrwert bringen, als nur einen Selbstzweck zu verfolgen. Und da gibt es ganz wunderbare Beispiele. Und um vielleicht mal so ein bisschen aufzuzeigen, wie schnell sich dieser Markt auch entwickelt, würde ich gerne zwei Beispiele mal nennen, die in einem sehr ähnlichen Bereich unterwegs sind, aber ein paar Jahre auseinander liegen. Als ich noch studiert habe, gab es StudyDrive. Das hat bei mir an der Uni, an der Goethe-Uni fast jeder Student, jede Studentin genutzt. Da konnte man Skripte, Protokolle, Übungen, Seminare hochladen. Die konnten sich andere dann runterladen. Das Ganze wurde dann ein bisschen gamifiziert. Man hat da Punkte gewinnen können und war dann auf Leaderboards, wo man aufsteigen konnte. Und dadurch konnte man seine eigenen Lernmaterialien, den nachfolgenden Semestern, zur Verfügung stellen. Das Start-up hatte dann eine Millionenbewertung, hat dann, glaube ich, auch einen Exit gemacht und war ziemlich erfolgreich. Wenn wir uns jetzt anschauen, was jetzt in einem ähnlichen Sektor im Ad-Tech-Markt gerade so entsteht und da ein Beispiel genannt, Study Smarter, ein Start-up aus München, die wir schon seit Gründung auch sehr gut kennen, die Gründer, die eine wahnsinnige Entwicklung vorgenommen haben in den letzten Jahren, kürzlich eine 31 Millionen Dollar Finanzierungsrunde geschlossen haben in der Series A. Und das, was StudyDrive macht, auch in einer ähnlichen Herangehensweise macht, aber halt alles mit viel mehr Technologie dahinter. Das heißt, da lebt man nicht einfach nur noch Vorlesungsskripte hoch und stellt die anderen zur Verfügung, sondern da gibt man den Input rein. Study Smarter hat dann eine sogenannte NLP-Technologie, Natural Language Processing, und die ermöglicht es quasi für den Studenten oder die Studentin, mehr oder weniger automatisiert Karteikarten erstellen zu lassen, den Lernfortschritt zu tracken, gewisse Defizite in dem Lernen oder in einer Klausurvorbereitung schon zu identifizieren, bevor man das selber als Student merkt. Und das finde ich wahnsinnig spannend, wie da so eine Entwicklung vonstatten geht, mit Hilfe von Technologie, die am Ende auf die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer einzahlt. Und ich glaube, darum sollte es immer gehen, wenn wir über Digitalisierung sprechen, dass ein Wert entsteht für die Person, für die es quasi gemacht ist. Ich glaube, gerade mit dem letzten Statement wirst du jetzt hier nicht auf viel Widerstand in dieser Panel-Runde treffen. Ich glaube eher, ich sehe Frau Professorin zustimmend nicken. Ich glaube, das ist ihr Kernthema. Wir haben es auch vorhin in dem Vortrag von Svenja Boussant gehört. Im besten Fall merkt man die Digitalisierung nicht, sondern sie ist im Hintergrund. Ist nicht so einfach. Du hast es gerade selber gesagt, Justin. Man wird schnell von dem Itzy Glitzy Tech ein bisschen, ja, es ist ein bisschen faszinierend, es ist neu, es ist wie so ein shiny new object, auf das man sich gerne stürzt und kann man über Bewertungen reden und das erzeugt alles so den Hype und ist gar nicht so einfach, es dann wieder runterzubrechen und den Nutzer ins Zentrum zu stellen. Wie gut gelingt das denn gerade, Frau Professorin, sich eben nicht von der Tech ablenken zu lassen und zu schauen, nutze ich jetzt einfach nur eine neue Technologie, weil es sie gibt oder docke ich damit an den realen Bedarfen an? Ja, das ist eine gute Frage, die wir real seit drei Semestern, Online-Semester gut beobachten können. Denn die ersten Anstrengungen, die wir vorgenommen haben, als wir einer der ersten Hochschulen als Hochschule für angewandte Wissenschaften starteten wir im März 2020 relativ unvorbereitet ins Online-Semester. Und so haben wir versucht, mit unterschiedlichsten Lösungen möglichst rasch auf die Bedürfnisse der Studierenden und der Lehrenden zu reagieren und haben relativ schnell verstanden, dass wir uns mit technischen Gegebenheiten zu sehr stark auseinandergesetzt haben und auf dem Weg auch didaktische, methodische und eigentlich rein inhaltliche Fragen verloren gegangen sind. Das versuchen wir jetzt aktuell massivst nachzuholen. Und deshalb plädiere ich für eine fokussierte Fragestellung. Wie können uns Tags an der Stelle helfen, tatsächlich eine entsprechende Didaktik und Methodik zu unterstützen und zunächst die Was-Frage zu unterstützen. Wie vermitteln wir unsere, was vermitteln wir an Inhalten? Und insofern bin ich absolut bei meinen Vorrednern. Sie haben es richtig erkannt. Es ist genau mein Thema. Digitalisierung ist kein Zweck, kein Selbstzweck an der Stelle, sondern vielmehr müssen wir uns die Frage beantworten, warum nutze ich dann entsprechende Wertzeuge? Wie bringt mich das nach vorne als Organisation oder als Organisation in meinem Bildungsauftrag? Und genau diese Fragen sind bei uns in unserer Digitalisierungsstrategie verankert. Denn dort verbinden wir ganz deutlich zwei Aspekte, was und wie. Und wie ist es natürlich hier an der Stelle primär. Aber ich bin absolut davon überzeugt, dass in einer weiteren engen Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Startups wir tatsächlich sehr viele Potenziale nutzen können und müssen, um dem Bildungsauftrag oder dem Bildungsauftrag nachzugehen und die Qualität der Bildung zu sichern. Wie sieht das konkret aus? Also ich habe gerade mal parallel in den Chat geguckt. Da stand so der Kommentar, ja, der Mehrwert, da ist ja wieder das Schlagwort. Digitalisierung muss einen Mehrwert bieten. In welchem Zeitalter leben wir denn? Es ist, glaube ich, halt immer noch relevant. Aber woran macht sich das ganz konkret fest? Also wo ist da gerade der Stand dann wirklich in der Arbeit? Hannes zum Beispiel. Also warum reden wir immer noch darüber? Ja, gute Frage. Warum reden wir noch darüber? Ich glaube, das ist eben jetzt auch im Chat kam immer wieder so ein Schlagwort. Was wir jetzt eben da auch sehen, ist, glaube ich, deswegen, es ist die Frage des Mehrwerts, stellt sich weniger in diesen klassischen Infrastrukturfragen. Deswegen habe ich auch vorhin das Beispiel Studo aufgebracht, die eben ganz einfach diese Studenten on board in Kommunikation mit Studierenden ermöglichen. Das sehen wir im Hochschulbereich, aber auch im Schulbereich ganz stark. Diese klassischen Infrastrukturthemen decken wir ab. Und diese Mehrwertsfrage stellen wir eben immer wieder tatsächlich dann um den Content, um die Inhalte, um das Wie des Vermittlens geht. Und ich glaube, man, natürlich muss ein Mehrwert da sein, aber ich glaube, man kann die Frage etwas im Hintergrund rücken und muss stärker auch fokussieren auf das Thema, wie schaut die Kooperation eigentlich aus und wie kann ich hier gemeinsam einen entsprechenden Mehrwert schaffen? Weil das Spannende ist ja auch an den Beispielen, die wir jetzt gesehen haben, zum Beispiel Study Smarter, sehr erfolgreich, aber adressiert eigentlich nicht Hochschulen an sich, sondern adressiert den Endkunden, das heißt den Studierenden und erzielt darüber ihre Umsätze. Andere Beispiele wie vorhin, Code University ist wiederum ein eigener, neuer Akteur, der Prozesse generell anders denkt. Das heißt, die Frage ist ja, wie bringen wir wirklich etablierte Hochschulen und Ad-Tech-Unternehmen, Ad-Tech-Startups zusammen? Und hier in ko-kreativen Prozessen, in einzelnen Projekten, wo ich mir dann spezifische zum Beispiel Fächergruppen etc. anschaue, kann ich dann auch hier ganz konkret überlegen, wie liefere ich hier tatsächlich Mehrwert dann für die einzelnen Studierenden? Aber ich glaube, das muss man eben gemeinschaftlich denken, dem Prozess an sich, der Ko-Kreation und dann eben auch der Mehrwert, der entsteht für die Lernenden. Da würde ich gerne gleich noch ein bisschen nachhaken, bevor ich das mache. Judith hatte im Chat angemerkt, warum ich manche mit Vor- und manche mit Nachnamen anspreche. Wir hatten uns intern auf ein hybrides Du und Sie geeinigt im Vorfeld. Deswegen bin ich bei Frau Burkowa und Justin und Hannes. Genau, nur kurz, um das transparent zu machen. Das war bewusst so gespielt. Genau. Ja, die Frage aber wollte ich an Sie, Frau Burkowa, weiterleiten. Hannes eben hatte gerade angesprochen, das muss man gemeinsam angehen. Gemeinsam heißt, man hat vielleicht junge Gründer, Gründerinnen, die gerade aus der Uni kommen, die mit voller Tatendrang da sich reingehen, Erwartungen haben, dass alles ganz schnell geht. Auf der anderen Seite hat man universitäre Prozesse. Welche Welten clashen da aufeinander und wie muss man da vermitteln, dass nicht am Ende beide enttäuscht sind? Ich glaube, das ist die zentrale Frage überhaupt in der Kooperation beider Akteure. Denn alleine schon beim Gedanken an Start-ups, an junge Unternehmen und Hochschulen kann man, glaube ich, feststellen, dass zwei Welten aufeinander prallen. Auf der anderen Seite junge Unternehmen mit recht agilen Arbeitsweisen, die recht schnell und früh die ersten Schritte machen und recht zügig zu bestimmten Ergebnissen kommen wollen. Und auf der anderen Seite Hochschulen als Selbstverwaltungseinrichtungen, die eine hohe Gremienbeteiligung voraussetzen und mit sehr vielen Entscheidungsstrukturen zu tun haben. Das ist, glaube ich, so der Kern, den wir schon lange beobachten. Ich habe genügend Beispiele aus anderen und aus meiner eigenen Hochschule, wo eben die Kooperationen genau schon beim ersten Schritt zum Scheitern verurteilt sind. Denn von dem ersten Gespräch zwischen Start-ups und Hochschulen bis zum Umsetzung, da vergeht tatsächlich relativ viel Zeit. Und ich glaube, es ist absolut notwendig, diese Sensibilisierung für unterschiedliche Organisationskulturen und Organisationsstrukturen herbeizuführen. Denn, wie Sie schon sagten, wir konnten nur in einem gemeinsamen Verständnis für unsere Prozesse tatsächlich an Lösungen arbeiten. Und auch auf Augenhöhe, denn Hochschulen verstehen sich häufig als Expertinnen und Organisationen, da sind sie ja auch. Ich höre aus meiner eigenen Hochschule, ja, das können wir ja schon selbst machen. Wir können das besser und unterschätzen uns dabei, auch in der eigenen Entwicklung. Denn Hochschulen versuchen zwar, bestimmte Insellösungen zu entwickeln, aber in vielen Fällen macht es doch Sinn, auf Lösungen von AdTags zurückzugreifen. Also insofern glaube ich, gemeinsames Verständnis aufeinander zu gehen und auch die Offenheit, die Offenheit der Hochschulen ist an der Stelle gefragt bezüglich der neuen Lösungen. Da gibt es gleich zwei Punkte, die ich rausgreifen kann auf dem, was Sie gesagt haben. Einen weiß ich, den Hannes spannend findet, das ist dieses, wir können es selber machen. Der andere ist, den würde ich gerne in Just-In-Richtung aber zuerst spielen, ist nämlich die Frage, was konkret, weil du kennst das so als Vermittler, die jungen Studenten, die auch einen ganz anderen Entscheidungsdruck haben, wenn man Gründerin ist, dann muss man heute, morgen in den nächsten drei Tagen entscheiden, nicht in drei Wochen, drei Monaten oder drei Jahren. Bei Universitäten sieht es genau andersrum aus. Wie kriegt man das unter einen Hut? Also hast du wirklich einen ganz konkreten Ansatz, wo du merkst, der hilft, wenn die zwei Welten aufeinandertreffen? Haben wir das oder jenes eingeführt, um die unterschiedlichen Dynamiken aufeinander abzustimmen? Ich glaube, Frau Bocke war einen ganz wichtigen Punkt gemacht, das gemeinsame und das gegenseitige Verständnis füreinander. Und ich glaube, es gibt viele Punkte oder Parameter, die so eine Kooperation zwischen einem Start-up und einer Hochschule oder einer Universität sehr schnell zum Scheitern verurteilen können. Es gibt aber, glaube ich, auch relativ viele Punkte, die man beachten kann, um überhaupt erst mal Rahmenbedingungen zu haben, unter denen man über eine mögliche Kooperation sprechen kann. Der erste Punkt, den wir immer wieder erleben, ist, dass man sich vor Augen führen muss, hat man denn überhaupt gemeinsame Ziele? Also hat eine Hochschule bzw. haben die verantwortlichen Personen in einer Hochschule ähnliche Ziele wie ein Start-up, ein Ad-Tech, ein Anbieter, der vielleicht gewisse Angebote ergänzen möchte und da quasi neue Angebote für die Studierenden in einer Hochschule schaffen möchte? Ja, das ist Punkt eins. Wenn man da feststellt, man hat ähnliche, man hat gemeinsame Ziele, dann sollte man sehr schnell und klar und offen, und das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben, über die gegenseitigen Erwartungshaltungen sprechen. Ja, weil es ist ganz richtig, Start-ups leben in einer, ja, teils kann man so sagen, schnelleren Welt, müssen schnelle Entscheidungen treffen, können aufgrund von finanziellen Rahmenbedingungen oder anderer Externalitäten vielleicht nicht so langfristig planen, aber trotzdem sollte man sehr schnell sich darüber im Klaren werden, was ist denn meine eigene Erwartungshaltung als Ad-Tech-Startup und was ist denn auch die Erwartungshaltung einer Universität, einer Hochschule, mit der ich zusammenarbeiten möchte? Und wenn man dann feststellt, dass es hier eine ausreichend große Schnittmenge gibt, ja, erst dann kann man sich irgendwie Gedanken darüber machen, wie kann man denn auf dieses gemeinsame Ziel hinarbeiten? Die Erfahrung, die wir da gemacht haben, ist, dass es immer total hilft, ausgehend von einem Ziel, was vielleicht erstmals sehr groß erscheint, also mal ein plakatives Beispiel genommen, eine Lern-App in die universitäre Lehre zu integrieren, ja, ausgehend von so einem großen Ziel, wo Frau Burkower mir mit Sicherheit zustimmt, dass es da Monate bis Jahre dauern kann, bis so etwas dann auch funktionieren könnte, daraus abgeleitet, kleinere Meilensteine zu definieren, wie man sich so einer Kooperation annähern kann, ja, vielleicht erst mal nur mit einem Teilbereich an einer Universität, vielleicht mit einem einzelnen Kurs so etwas mal verproben, vertesten, schauen, wie es bei den Stakeholdern ankommt, und damit meine ich die Studierenden, aber auch die Lehrenden oder auch die Verwaltung, und sich dann aufbauend auf so kleinen Erfolgsgeschichten, ja, tiefergehend in die gemeinsame Kooperation hineinzuwagen, das ist oftmals der Weg, den wir selber in der Zusammenarbeit mit Hochschulen gehen, den wir aber auch Ad-Tech-Startups empfehlen, die wir begleiten auf ihrem Weg, und der aus unserer Sicht auch der Weg ist, der langfristig zu einer erfolgreichen gemeinsamen Kooperation führen kann. Also ganz klar, die Karten auf den Tisch legen, transparent machen, was sind meine Erwartungen, welche Erwartungen habt ihr, und kommen wir zusammen, und vor allem, wie schaffen wir eine Win-Win-Situation? Es funktioniert nur, wenn beide aus der Kooperation wahrscheinlich was rausziehen können für sich. Spannend auch, das Experimentieren, klar hört man immer wieder, lieber klein anfangen, und wenn es nicht funktioniert, nachjustieren. Hannes, zu dem anderen Punkt, den Frau Bukowal in die Runde geworfen hat, dann machen wir es halt selber, gerade wenn wir in der TU sind und eh zum Beispiel Programming-Skills haben, sozusagen, dass eigentlich auch unser Homebase ist, sozusagen, wo wir das Gefühl haben, warum quatscht mir jetzt jemand anders rein. Vor- und Nachteile davon, das vielleicht als TU zum Beispiel selber anzugehen, oder vielleicht dann doch lieber auf ein Startup zurückzugreifen. Was siehst du da, wann geht es schief, und wann läuft es gut? Ja, grundsätzlich sehen wir das Phänomen ganz oft, gerade bei Universitäten, die das selber entwickeln. Problem dabei, und wurde ja auch schon ein bisschen angesprochen, wenn es ein Projekt ist von der Größe, das schnell sehr ausschweifend wird, kann man sich auch als Uni sehr schnell doch selbst übernehmen mit dem Vorhaben. Und dann ist natürlich die große Gefahr da, dass letztendlich eine Lösung ist, die nicht wirklich zufriedenstellend ist, weder für die Professoren, für die Hochschule, die Hochschule selbst, für die Lehrenden und noch weniger für die Studierenden. Und andererseits sind auch die Kosten im Endeffekt doch auch viel höher werden als eigentlich gedacht. Und andererseits wurde ja auch schon gesagt, es entstehen einfach unglaublich viele Insellösungen, was dann wiederum auch die Koordination und Kooperation zwischen verschiedenen Hochschulen stark erschwert. Und da ist einfach oft ein Blick in das Ökosystem nach außen hin, das doch probatere Mittel, weil es einfach sehr viele Lösungen gibt, die einerseits schon von Hochschulen verwendet werden oder die auch auf Startup-Seite einfach da sind und einfach angeschafft werden können. Ich sehe da auch, muss ich ehrlich gestehen, gar nicht so viele Vorteile, die ich jetzt benennen könnte von einer Eigenentwicklung einer Hochschule, weil es auch sehr viele White-Label-Lösungen da draußen gibt, die grundsätzlich sehr flexibel angepasst werden können, oft auch adaptiert eben werden für den speziellen Use-Case natürlich. Von dem her würde ich zuerst immer den Blick nach außen empfehlen für eine Hochschule und da müsste es schon ein spezieller Case sein, den ich jetzt gar nicht benennen könnte, wo ich wirklich sagen würde, ja, Go4jt macht eine eigene Entwicklung. Ansonsten empfehle ich da sehr stark, auf Vorhandenes zurückzugreifen und da sich nicht selber in ein riesen zusätzliches Projekt zu stürzen, dass man sich parallel aufmacht, gerade wenn man oft noch mit in Betracht zieht, wie klein eigentlich die IT-Abteilungen, die Infrastruktur auf der Seite auf Uni- oder Hochschulebene ist, die oftmals wenigen Personen besteht, dann übernimmt man sich mit solchen Projekten einfach. Also klar, der Punkt mit dem Ökosystem, sag ich es, wenn du kurz erlaubst, da würde ich gerne auch noch kurz drauf eingehen, weil ich glaube, der Punkt ist super entscheidend und super wichtig. Der Blick nach außen und der Blick in Ökosysteme und in das, was da draußen schon vorhanden ist, sprich auch die Vernetzung zwischen den Hochschulen und Universitäten, das ist auch etwas, was wir immer wieder erleben, was super hilfreich sein kann. Wenn wir beispielsweise Challenges und Projekte von uns in die universitäre Lehre einbinden, dann sprechen wir oft auch mit Lehrstühlen darüber, hey, sind sie nicht auch vernetzt an anderen Hochschulen, ähnliche Lehrstühle mit ähnlichen Themen, wo wir sowas auch mal ausprobieren können. Das war ehrlicherweise in den ersten ein bis zwei Jahren von Equipa, das könnte man sagen Erfolgsgeheimnis, warum wir uns so schnell auch mit unterschiedlichsten Hochschulen und Universitäten vernetzen konnten, weil wir quasi proaktiv auf diese Vernetzungsmöglichkeiten, oder ich sag mal Weiterempfehlungsmöglichkeiten hochschulübergreifend eingegangen sind und die Erfahrung gemacht haben, dass Lehrende, Lehrstühle oder Hochschulen generell ja ganz viele Schnittstellen miteinander haben, wo sie vernetzt sind und wo man dann auch quasi als Hochschule aus der Perspektive heraus den Blick in das Ökosystem beziehungsweise in andere Hochschulen und Universitäten richten konnte. Frau Burkower, nehmen Sie das ähnlich wahr oder ist das ein Eindruck, der sich aus Ihrer Sicht gar nicht so bestätigt, dass diese Vernetzung, die vorhanden ist, extrem dabei helfen kann, auch den Blick nach außen ins Ökosystem zu wagen? Ich bin absolut bei Ihnen und unterstütze die These sehr stark, denn die bestehenden Netzwerke mit entsprechenden Lösungen helfen uns sehr. Und ich beobachte, vielleicht ist es auch meine Wahrnehmung, aber vielleicht mögen Sie diese falsifizieren oder verifizieren an der Stelle, dass diese Mentalität der Hochschulen, wir können es besser und wir haben eine Reihe von Expertinnen und Experten, insbesondere durch die Corona-Pandemie ein wenig zurückgedrängt wurde, denn es wurde schon hier angesprochen, um eine eigene Entwicklung zu betreiben, bedarf es bestimmter Ressourcen und Schnelligkeit und beide Faktoren werden häufig nicht erfüllt und die Hochschulen übernehmen sich an vielen Stellen, denn die Kosten steigen nachher, die sind ja schlecht kalkulierbar und wir wollen auch weg von diesen Insellösungen. Vielleicht könnte ich noch einen weiteren kurzen Punkt beisteuern, der so in die Richtung geht, wie können wir dann eigentlich ein gemeinsames Verständnis beider Akteure erzielen? Ich glaube, das hilft, wenn die Hochschulen nicht nur als Konsumenten und nicht nur als Anwender von bestimmten Lösungen verstanden werden, denn sie sind vielmehr Co-Produzenten, da sind, wenn man das gesamte Ökosystem sich anschaut, da sind echte Reallabore, wo Studierende und Lehrende in den Entwicklungsprozess einzusteigen und bestimmte Schritte mit Start-ups gemeinsam gehen und ich glaube, also diese Einstellung ist nochmal ganz wichtig und meine vage These ist die, dass die Hochschulen für angewandte Wissenschaften als die Einrichtungen, die doch einen stärkeren Praxis- und Einwendungsbezug haben, sehr stark per se transferorientiert sind, doch vielleicht einen Tick offener mit bestimmten Ad-Tags-Lösungen umgehen und diesen Lösungen gegenüber immer offener werden. Aber vielleicht ist es nicht nur die Frage des Hochschultyps, sondern multifaktoriell, aber meine große Hoffnung ist tatsächlich mit der Rolle der HAWs in Deutschland verbunden. Dann möchte ich kurz einspringen, wenn ich darf, wenn ich die Beobachtung nur stärken kann, was wir hier auch in Österreich ganz stark sehen. Also in Österreich haben wir ganz stark die Unterscheidung zwischen Fachhochschulen und UNSB-SB und wir sehen hier tatsächlich auch, dass Fachhochschulen, die einfach auch näher an der Praxis dran sind, hier deutlich offener sind in den letzten einhalb Jahren auch und hier mehr auf Innovation tatsächlich passiert oft als diesen Riesentank. Dann ohne sich geht es und um auch vielleicht hier die Lösungsorientierung noch anzuschließen, was wir sehr stark versuchen hierzulande auch mit unserem Projekt, ist eben diese angesprochene Co-Kreation oder Hochschulen, nicht nur als Konsumenten zu denken, indem wir sagen, wir machen Projektförderung, fördern aber ausschließlich Projekte, wo eben gemeinsam eingereicht werden muss zwischen Hochschule und Start-up und gemeinsam dann eine Co-Kreation einer neuen Lösung stattfindet, um eben wirklich auch den Prozess zu fördern und nicht nur sozusagen das Projekt an sich, das dann oft wieder eher scheitern kann, auch im weiteren Verlauf. Okay, das heißt, was ich verstehe, ist nicht selber machen, gerne abgeben, dabei aber nicht abgeben in der Dienstleistungsmentalität, sondern in der partnerschaftlichen Mentalität, wo klar ist, ich muss selber am Ball bleiben und ich muss selber bereit sein, mich damit auseinanderzusetzen, in den ganzen Iterationen mit Feedback dabei zu sein oder das dann im besten Fall sogar wissenschaftlich zu begleiten. Also es ist Arbeit damit verbunden, keine Frage sozusagen. Man kann es sich nicht einfach nur einkaufen. Spannend nebenher, ich habe mal geguckt, was in den Kommentaren passiert ist, aber einerseits auch Zustimmung, es macht Sinn, das extern mit Start-ups ranzuholen, weil oft, wenn man das intern macht, die wissenschaftlichen Mitarbeiter oder so, die das vielleicht auch umsetzen, das oft auf einem Low-Budget-Modus umsetzen und dann vielleicht nach zwei Jahren schon wieder weg sind. Wer betreut das dann? Wer sorgt für die Maintenance langfristig? Also das war da ein Plädoyer auch für die Zusammenarbeit mit Ad-Tags außerhalb, was ich gesehen hatte. Und viele weitere spannende Kommentare. Wir nähern uns gleich dem Q&A in zwei Minuten. Also ich sehe, die Diskussion läuft und es sind sehr viele spannende Statements. Schreiben Sie gerne noch konkrete Fragen jetzt in den Chat, weil ich glaube, der Chat ist mittlerweile so lang, dass ich Sie leider nicht mehr händisch raussuchen kann. Das heißt, jetzt noch mal kurz die Frage reposten, dann lasse ich Sie gleich ins Q&A einfließen. Haben wir schon genügend geklärt, wie dann wirklich die Qualität entsteht, um zu dem Anfangsstatement von Ihnen zu kommen, Frau Burkova? Haben Sie ein ganz konkretes Beispiel? Was brauchen Sie in den internen Prozessen, zum Beispiel bei Ihnen an der HAW, dass Sie eben am Ende was in der Hand haben, was die Qualität liefert? Haben Sie vielleicht ein Beispiel, wo Sie mal mit einem Ansatz an die Wand gefahren sind, gemerkt haben, okay, das wiederholen wir so nicht mehr? Und eins, wo Sie gemerkt haben, oh, das hat wirklich Best-Practice-Potenzial. Ja, wir haben einen sehr ganzheitlichen Ansatz an der HAW Hamburg mit unserer Digitalisierungsstrategie. Das heißt, wir wollen einerseits die internen Prozesse optimieren und digitalisieren. Das betrifft natürlich Verwaltungsprozesse. Das betrifft natürlich unsere klassische IT-Infrastruktur, bestimmte Prozesse zur Unterstützung von Studium und Lehre. Aber wir wollen natürlich zwei weitere Gestaltungsfelder bedienen. Und das sind Gestaltungsfelder an der Schnittstelle zur Öffentlichkeit, Dialog mit und für die Öffentlichkeit. Und das waren tatsächlich meine Herzensangelegenheiten. Als Sozialwissenschaftlerin denke ich mir, das ist extrem wichtig, die Vernetzung voranzutreiben in Fragen Digitalisierung, den Dialog mit der Öffentlichkeit zu führen. Und nach der ersten Analyse der Prozesse bei uns an der Hochschule, die sowohl im Verwaltungsbereich als auch im Lern-Lern-Bereich liegen, war ich tatsächlich, bin ich zu der Erkenntnis gelangen, dass wir zunächst mit diesen internen Prozessen starten sollen. Denn die Attraktivität der Hochschule als Arbeitgeberin hängt auch sehr stark davon ab. Eine weitere Lehre, die ich daraus gezogen habe, dass der digitale Wandel sich nicht von heute auf morgen vollzieht und gar nicht an Hochschulen. Das ist ein komplexes Unterfangen. Und im Kontext der Hochschulen muss man, glaube ich, sehr stark darauf achten, wie man dem Bildungsauftrag bestmöglich nachkommt. Und deshalb denke ich, gehört zu dieser Frage, um diese Frage zu beantworten, eine gewisse Offenheit der Hochschule. An manchen Stellen muss man glauben, müssen die Hochschulen einiges neu denken, neu definieren und das sind so die ersten Lehren, die ich aus dem Digitalisierungsgeschehen unserer Hochschule gezogen habe. Ein Prozess, der immer noch läuft. Auch wenn wir ihn schon lange besprechen, gilt es immer noch, den Sinnungswandel anzuschieben, wenn ich das richtig verstehe. Der Fokus ist nach wie vor auf dem Kulturwandel und dann erst an zweiter, dritter Stelle mit dem Fokus auf, welche Technologie wollen wir jetzt ganz konkret einsetzen. Leider ist die Zeit schon fast vorbei. Daher muss ich jetzt schon zur Q&A kommen oder darf zur Q&A kommen und muss meine eigenen Fragen hinten anstellen. Ich schaue mal kurz, was hier ganz zum Schluss als Frage reingekommen ist. Angelika, und ich nutze die Vornamen, weil ich leider den Nachnamen im Chat nicht sofort sehe, fragt, welche Lernphilosophien stehen denn an der Basis von Ad-Tech-Entwicklungen? Wer möchte darauf antworten? Ich kann gerne starten mit einem konkreten Beispiel. Wir haben letztes Jahr ein Projekt gehabt, da hat sich ein Start-up-House entwickelt, das nennt sich Hardcuket. Und Hardcuket hat eine Augmented Reality-Anwendung entwickelt, mithilfe derer gerade Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter, und ja, das setzt sehr früh an, aber ich glaube, das kann man sehr gut übertragen, durch Erlebnisse lernen. Ich selber kenne das noch aus meiner Grundschulzeit, das ist mittlerweile auch ein paar Jahre her, da saß ich im Klassenraum, da habe ich zwar spielerisch gelernt, aber trotzdem mit einem Stift, mit einem Blatt Papier und mit Aufgaben, die ich bearbeitet habe. Was Hardcuket hier macht, und ich glaube, das ist sehr repräsentativ für eine Lernphilosophie, die wir aus meiner persönlichen Überzeugung vielmehr auch in anderen Bereichen noch stärker verfolgen sollten, ist, dass das Lernen ein wirkliches Erlebnis wird und dass junge Schülerinnen und Schüler hier in sogenannte virtuelle Lernwelten eintauchen, beispielsweise in die Antarktis, die man da erforschen kann mit einer Augmented Reality-Anwendung und da quasi Eisbären und den Polarkreis erforschen und somit besser verstehen kann. Ich glaube, wenn wir das jetzt auf die Hochschullehre übertragen, dann sollte man nicht, Herr zugespitzt formulieren, den Studierenden eine Augmented Reality-Brille aufsetzen und sagen, schaut mal, hier ist die Arktis. Aber was ich gerne loswerden möchte und den Punkt, den ich machen möchte, kann man damit, glaube ich, ganz gut übertragen, dass das Lernen und somit auch das Lehren auf der anderen Seite deutlich anwendungsorientierter sein sollte. Das sehen wir auch in dem, was wir mit der Keeper ja ganz vielen Studierenden mittlerweile anbieten, sodass der Input, den man bekommt, der ja auch zwingend notwendig ist, um Dinge zu erlernen, unmittelbar auch angewandt werden kann und somit verinnerlicht werden kann. Das klingt nach einer recht platten Philosophie, ist aber zumindest nach meiner Erfahrung an der Uni, wo ich studiert habe, etwas, was noch nicht wirklich in der Breite so gelebt wird, was aber ganz viele Studierende sich auch wünschen. Wenn es noch ein begleitendes Statement gibt, Frau Burkova oder Hannes, dann gerne. Ansonsten hätte ich noch eine weitere Frage. Ja, ich kann nur kurz ergänzen, wen es interessiert, sehr viele, glaube ich, gehen da zurück, eigentlich auf den Konstruktionismus von Seymour Pepperts, der das sehr spannend funktioniert dazu und ähnlich wie der Jasmin es gerade beschrieben hat, also sehr erfahrungsbasiertes Lernen. Aber Pepperts war einer der ersten Vertreter, der AdTech bis heute sehr stark geprägt hat, obwohl er in den 60er Jahren am aktivsten war. Genau, da kann man sich ein bisschen dazu einlesen, was sehr viele in dem Bereich verfolgen. Ich muss mal schauen, ob ich auf die Stelle nochmal das Statement finde. Philipp hatte einen wunderbaren Beitrag beigesteuert. Wer definiert, was überhaupt sinnvoll eingesetzt wird? Die Lehrenden oder die Studierenden? Und werden die Studierenden aktiv in die Entwicklung von Lernszenarien einbezogen? Ich sehe das viel zu selten. Eher ein Statement, aber deckt sich das mit eurer und ihrer Wahrnehmung? Ja, absolut. Ich glaube, insbesondere die Corona-Pandemie hat das uns gezeigt, dass wir mit einem Rollenwechsel zu tun haben und dass die Partizipation, die Einbeziehung von Studierenden in die Entwicklung von Lernszenarien eine unabdienbare Komponente in der Lehre künftig sein wird. Denn wir haben uns tatsächlich gefragt in dem Zusammenhang der drei Online-Semester, was macht dann eigentlich gute Lehre aus? Und dann haben wir festgestellt, es ist nicht der klassische Vermittlungsvortrag, Wissensvermittlungsvortrag, der da einfach ins Digitale übertragen wird. Es bedarf eine, es darf ja auch kein Konkurrenzkampf zwischen Digitalität und Analogen passieren, sondern wir müssen, um an diesem Begriff nochmal Qualität der Lehre festzuhalten und zu überlegen, wie können wir die aktuelle präsentische Lehre mit digitalen Formaten so anreichern, dass wir eine hohe Qualität liefern. Und da glaube ich, müssen zwingenderweise unsere Studierenden eine viel stärkere, viel dominantere, im positiven Sinne dominantere partizipative Rolle erhalten. Philipp hat noch ergänzt, seine Meinung nach sind Studis häufig leider sehr rückständig. Ein Statement, was mich wundert, weil man denkt, das ist die digitale Generation, die eigentlich mit den Tools aufgewachsen ist. Spannend wäre zu hören, was er konkret damit meint. Er hat das noch nicht geschrieben, aber dann würde ich das mal in deine Richtung spielen, Justin, weil wortwörtlich quasi mit Equipa versteht ihr euch ja als sozusagen die Plattform der digitalen Generation für die digitale Generation. Wo sind denn die Studis noch rückständig? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass eine Rückständigkeit vielleicht dadurch entstehen kann, dass man, wenn man sich jetzt anschaut, wofür man das alles macht in der Universität und wofür man lernt und wofür man eine Universität besucht, ist ja dann irgendwann auch darum geht, das anzuwenden. Und der Vorwurf, der oft entsteht und den wir auch häufig sehen, ist, dass gerade die jungen Menschen, diese digitale Generation, von der wir auch als Equipa immer wieder sprechen, dass denen vorgeworfen wird, na ja, die haben überhaupt keine Erfahrung. Die wissen überhaupt nicht, wie man irgendwie digitale Lösungen beispielsweise auch entwickelt oder wie man ein Ad-Tech-Startup gründet. Das ist oft der Vorwurf, der gemacht wird von Unternehmen, teilweise irgendwie vielleicht auch aus der Gesellschaft, auch von politischen Stakeholdern, hören wir das ab und zu mal wieder. Ich glaube aber tatsächlich, dass das ein Vorwurf ist, der sich in unserer, in meiner Erfahrung überhaupt nicht bestätigt. Was wir sehen ist, dass gerade diese junge digitale Generation, die mit digitalen Technologien aufgewachsen ist, einen ganz anderen Zugang dazu hat und dadurch auch ein ganz anderes Potenzial entsteht für neue Ideen oder für die Anwendung des Wissens, was man sich aneignet in einer Universität. Von daher würde mich jetzt auch interessieren, woher der Betriebe diese Rückständigkeit zieht. Ich kann es mir ehrlicherweise nicht wirklich erklären, verstehe aber den Vorwurf, weil wir den eben auch relativ häufig hören, dass die digitale Generation eben zu wenig Erfahrung hat und deswegen auch oftmals eigene Ideen, eigene Anwendungen, eigene Lösungen gar nicht so sehr entwickeln kann, wie so viel Potenzial mit sich bringt. Ja, jetzt, wir haben hier tatsächlich noch einen diskussionswürdigen Punkt gefunden, wo wir uns vielleicht gar nicht einer Meinung sind. Zum Schluss gerne den Chat nutzen, um noch ein bisschen nachzuschieben. Philipp, wir lassen hier noch ein paar Minuten offen, den Chat nutzt ihn auch noch mal, um weiter zu diskutieren. Hier an der Stelle müssen wir leider schon das Panel abschließen, denn die Zeit läuft uns davon und wir machen noch eine kurze Pause, bevor sie mit dem AdTech-Thema weitergeht. Daher noch mal vielen Dank an alle Teilnehmer. Frau Burkowa aus Hamburg, Justin, bei dir habe ich gar nicht gefragt, aus welcher Stadt du dich einwählst. Aus Frankfurt am Main. Aus Frankfurt am Main und Hannes aus Salzburg. Vielen Dank, dass Sie und ihr heute teilgenommen habt und die Zeit genommen habt für unsere Runde. und die Zeit genommen habt